Hallo, mein Name ist Natalia von Bergy Water Filters Deutschland. Heute zeige ich euch, wie man den Big Bergy Water Filter zusammenbaut. Zuerst installieren wir den kleinen Griff an dem Deckel. Man nimmt einfach den Griff und schraubt die kleine Schraube mit Unterlegschreibe heraus. Nun steckt man einfach die kleine Schraube inklusive Unterlegschreibe durch das Loch in der Unterseite des Deckels. Dieser verschraubt man nun handfest mit dem Griff, welcher so oberhalb des Deckels befestigt wird. Vor dem zweiten Schritt befestigen wir den Hahn an der Unterseite des Wassertanks. Hierzu nimmt man den Hahn und ein Dichtungsgummi. Das Dichtungsgummi muss mit der flachen Seite Richtung Hahn zeigen und die abgerundete Seite zum Wassertank. Nun schiebt man das Gewinde des Hahns durch die Öffnung des Wassertanks. Vor der Abdichtung der Innenseite nimmt man das flache Dichtungsgummi. Danach verschrauben wir den Hahn handfest mit der schwarzen Kontemutter. Aus drittes installiert man nun die Wasserfilter im oberen Wassertank. Vor der Installation jedoch ist das Primen und Reinigen der Filter ein unversichtbarer Schritt. Das Primen und Reinigen sorgt für bessere Filterergebnisse und einen langen Lebenszyklus. Bitte schauen Sie sich hierzu unser Priming und Reinigungsvideo an. Hier sieht man, dass der obere Wassertank vier Öffnungen hat. Jeder Big Berkey Wasserfilter kommt mit zwei Filtern, welche über Kreuz installiert werden müssen. Zu den zwei übrigen Öffnungen kommen wir später. Nun nimmt man die Filter und entfernt die Flügermuttern. Das schwarze Dichtungsgummi bleibt jedoch in seinem Platz. Man nimmt nun den Filter und fährt das Gewinde von der Innenseite des Tanks durch ein beliebiges Loch. Nun schraubt man die Flügermuttern von der Außenseite gegen. Auch dies nur handfest, da sie sonst leicht brechen könnten. Diesen Schritt wiederholt man nun mit dem zweiten Filter. Hierbei ist es wichtig, den zweiten Filter über Kreuz anzubringen. Nun bringt man die Dichtungen für die zwei übrigen Öffnungen an. Hierzu gibt es zwei weitere Schrauben mit jeweils zwei Dichtungsringen. Diese sind entweder in schwarz oder weiß beigefügt. Man entfernt die Flügermutter und nimmt einen Dichtungsring ab. Wie bei den Filtern fährt man nun die Schraube durch die Innenseite des oberen Wassertanks. Nun kommt der Dichtungsring auf die Außenseite und man verschraubt das Ganze wieder handfest mit der Flügermutter. Hier sieht man die erfolgreiche Anbringung der Filter und Schrauben. Die Filter sind etwas beweglich, was normal ist. Ebenso können sie sich leicht zur Seite lehnen. Nun ist man bereit, den oberen Wassertank mit installierten Filtern auf den unteren Wassertank zu setzen. Das System kann nun mit dem Deckel abgedeckt werden. Die Filter habe ich schon geprimed und gereinigt. Also sind sie einsatzbereit. Dieser Vorgang ist vor der ersten Benutzung sehr wichtig, denn nur so öffnen sich die Poren und der Filter kann so seine Arbeit verrichten. Bei richtiger Handhabung haben die Filter eine Lebensdauer von 23.000 Litern oder von 11 Jahren. Da diese Filter schon geprimed wurden, sind sie bereit für ihren ersten Einsatz. Als letzten Schritt füllen wir nur den oberen Tank mit Wasser ab. Nach 60 bis 90 Minuten sollte das Wasser vollständig gefiltert sein und sich im unteren Wassertank befinden. Viel Spaß mit Ihrem Burki!